ja ich bin auch draußen du bist aber richtigen weg aus doch ich auch aber wie ich wusste das weil das kann nicht sein dass da so am anfang keine fliegen sind dann gehen wir an den anderen spot du wolltest vulkan wir machen vulkan und nur vulkan gehen wir noch mal nicht lenktra macht langsam ich habe viele raketen ja auch 27 ich habe den gelootet oh shit du musst abspringen obwohl du wasser ist musst du abspringen ich habe im p der wolf war weiß ich habe gedacht erst mal das bist du da habe ich erst mal nicht gefeuert er hat gefeuert da habe ich gleichzeitig auch gefeuert ich habe ihn getroffen er mich nicht und den wolf hast du dann verjagt zum glück ja der frosch ist halt der frosch habe ich verjagt weil der frosch hat von mir einer kassiert der typ mit dem frosch ist halt irgendwie gegen die wand gelaufen und dann ist die rakete schon geflogen ja du hast ja gewiss du musst feuren ja ja seid ihr schon da kannst du sagen ja am höhlen und ja ich auch ja die wölfe machen viel damit stelle ich auf kampfen ne stargate ist noch nicht angewählt dort wähle a vulkan wählt da bist du schon durch ja ja so dann kommt man mit dann muss ich muss kurz fittern ja ich bitte auch dann kurz auch jemanden raketenwerfer von euch ich habe 24 ich habe schocken da zu bekommen von dem ein typen das ist mega geil für pvp schocken das zwei spieler schon gekillt hier seitdem ich mit dem unterwegs bin wir müssen zusammen laufen immer so jetzt müssen wir perlen holen und dann ja ok bin auf helft so los ich noch ich kenne nicht alle perlenspots vincent kennt hier besser aber ich kenne schon paar ja dann muss er mit dem unerwächs woher oh ja haben sie treffen ja habt da hast du eigentlich noch steht hinaus ein wolf geloot wird der hat alles mitgenommen ich habe ich habe ich habe ich habe ich hinter dir ich bin so schnell der der wolf hatte 100 zement dabei anbieter wurde von einer ex getötet lollt kano hinter mir kann mal einer den kano töten wo bist du da tut mir leid mit einem frosch der noch nicht mal draußen in dir hat werde ich nicht so gerne angeknabbert aber eigentlich eine gute taktik wenn man zu dritt losgeht dass zwei nach vorne gehen und einer hinten wartet und abfarmt du bist ja eigentlich nur dabei wie ich in der fliege ja ja das war ja gerne geplant dass man jetzt kämpfen na ja aber so ist das perlsee ja eigentlich schon ja hier sind ein paar perlen wollte machst du das du bist schnell unter wasser geht an scuba ich glaube bei mir sind kanus auf dem vulkan gibt es eigentlich auch immer voll high level tiere das vier hat mal wolf was ich oh shit die hat bitte dein wolf ey so ein tier braucht man alter geht das auch mal in den rennen warte bis die alles mit einem fertig sind schon wir haben hier wieder von dem ding gequappt ach stimmt alter hat das lebe gezogen aber ich sag mal so zwei farmtiere heute schon von kingkamp erwischt nur vier sogar noch ein wolf eins zwei drei drei farmtiere meine ich der wolf gefahren hier und der ankülle und der froschhammer jetzt müssen wir noch mehr erwischen ok als nächstes den dödel ne ja so ungefähr aber dann werden wir eine kläge kriegen gar nicht ok kürtel und dödl haben zirka gleich viel sind ja nur 40 alustür auf mich einbeißen soll ich kommen ja ja wuuuuh party hundertfünfundreiche ist der grüne hundertfünfundreiche ist der grüne hundertfünfundreiche hat der grüne Bauch oh die ziehen die ziehen die ziehen ich muss weg ich muss weg alter das wäre schon sick wir müssen die grüne die grüne müssen getamed werden habt der fünfundreiche ich hab nämlich nicht boah der orangen ist 95 hab ne oh scheiße boah der blutungseffekt boah der blutungseffekt ich muss weg ja ich bin auch weg ich konnte nicht sprinten ich muss weg springen keine ahnung warum ich hatte ein Sprinter ja wie ist ein Biss alter 700 Leben von 2500 ey Ilka wusstest du das wenn man mit Brosch springt durchgehen wenn man unendlich viel Stamina hat ne wenn der lange genug springt lädt der Innsprung seines Stamina wieder voll geiler shit man ne ich glaube mein Frosch kann sich mit mich gleich aber kaum noch tragen uuuh du Alu hat mich vom Bauch vom fuck soll ich kommen naja gut ja ich fiete grad mal einmal sind Alus in der Gruppe stark ich hab mich auf der Stelle gerettet weißt du und der Alu ist einfach ruf gerettet ja bei mir kommt jetzt ein Rags alter Level 70 ja mal wo bist du du ich bin wieder da wo die Alus A gefangen haben ja komm ich auch jetzt hin den grünen würde ich schon gerne tamen irgendwie wieviel Pfeil hast du äh 126 er hat auch ne grünen gelegt wollen wir den ja machen wir so das war wo haben wir denn da wo die Tamestelle müssen wir einfach mal Tamestelle finden ja hab ich getroffen echt jetzt ja ja wie da ähm irgendwie wenn nicht mach kurz steingates und lockt den da rein ich habe verbessert die Armbrust dann liegt es auch 50 Leute auf dem Imperium Server obwohl wir nicht drauf sind 50 50 Niemals doch guck nach ja jetzt nicht hey habt ihr Werbung nochmal gemacht vorhin als ich drauf war waren es 20 hey da ist ein Fehler im P50 kann das sein nein ähm Pecha hat grad in der Lok geschaut weil irgendwas im Chat war wo Admin ruft ich hab hier zusätzlich jetzt Arbeit, Session und Server ich muss mal alles aufpassen ja wie 50, wie geil stürzt dich dass ich mitspiel und Admin bin weil der Anti-Drive hat sich so beschwert mit Admin? ich bin Admin und Spieler ja das stört mich nicht oooh eka schneller macht der gut Damage? warte ich halt's mal im Auge ich weiß aber wenn ich nochmal wegkomme ja dann schieß ich mit Shocking Darts ja dann schieß ich mit Shocking Darts das schockt keine Tiere ne nein aber am Schluss treff schon mich nein alles gut schieß einfach schieß einfach es geht ok ok See ist leer See ist leer kann ich rauslaufen? der liegt gleich der liegt gleich ich kann er rauslaufen ja guck mal der läuft schon weg im Wasser wir müssen vom Wasser weg wir müssen vom Wasser weg das haben wir gar nicht gedacht wo seid ihr denn? ich bin jetzt vielleicht wieder drauf gekommen ja du bist in Sichtweite bis in Sichtweite ok links gut ähm schwimm mal vor der Alu schwimm mal vor der Alu aber dich beißt dann kannst du ihn rauslocken oh shit ich hab ihn gehittet oh shit ich hab ihn gehittet net net noch muss net schießen er muss auf dem Wasser ja ich hab gedacht ich treff mich aber dann hab ich gedacht geht immer ein bisschen weg dann kite ich ihn rüber er rennt vor er fokuss mich ja gut er rennt weg geht da vorne mal ein bisschen weg dann treib ich ihn raus ich komm einfach da woher ich komm einfach da woher ich komm einfach da woher net schieße ja ok keiner muss irgendwie von hier drin impi auch davor schwimmen so dass er nach außen er rennt ja vor dir oder vor Elkalt weg jetzt einfach hinterher schwimmen ich komm äh pack trotzdem mal rein pack Prime rein vielleicht überlebt er lange genug pack trotzdem rein vielleicht überlebt er lange genug er muss nur ein oder zwei mal fressen wenn ich mache ich kurz Mund und Mund-zu-Mund-beordnung das müsste doch gehen oder ey das müssen die aber auch einführen irgendwie nochmal das schafft er nicht sicher ne das weiß ich der hat vielleicht schon kein Oxi mehr ob wenn er einmal fressen muss dann schafft das sonst aber ich glaube der muss mehr als einmal fressen aber obwohl der hat auch zu wenig Leben ja komm hallo ich will dich eigentlich nicht oft an Bro du hast halt weiter geschossen nein nein ich hab dich getroffen ja ja der letzte Schuss wo gesessen hat der war's BK bleib hier am Strand gleich mal stehen bleib hier am Strand gleich mal stehen bleib stehen bleib stehen bleib stehen 6000 ja ich kenn noch mehr hier komm mal ja folgen wir rennt vor ja wie geil alter 6000 nice nicer shit rex level schauen ich hab kein verhenglas ja mach ich der da oben jo da holen auch alles da holen auch alles hoppla das ist Kfunk ups level 10 he he 75er alu und der andere ist wo ist der andere wo ist der andere MP hinter DS noch ein rex deshalb 70 MP komm Malte gibts dann auch nochmal Pärlen wo hier wo ich bin ich weiß nicht wo ich bin habt ihr mich verlob hier ist Snow hier im Wasser sind dann auch nochmal Pärlen Malte der grüne alu weil das level 20 die katz 5 noch alu also Chen im j ordine ab Okay, da wird die Demovid uns nicht überleben, denke ich. Frucht sich. Passt du die jetzt an dir? Nein, oder? Doch. Weg, weg, flitze. Molde, kommst du klar? Ah, ich bin unter Wasser. Was soll ich hier angreifen? Wir schlitzen alles offen. Oh, der ist 135. Hey, Molde, du bist schon hier bei uns am See, oder? Hier sind Perlen. Ja, ziemlich genau. Ich bin ein bisschen weitergeschoben. Ja, weil da auch Perlen waren. Ich gehe jetzt gleich aber wieder zurück und dann gehe ich da tiefer. Wo ich erst mal die Farben wollte, die weit oben sind. Komm, die Demovid uns in der Alu zerschlitzen. Ja, die Demovid uns sind geil, so bei wilden Zielen. Getamed sind die mörderisch. Oh, ja, ich hab... Ja, warte kurz. So, so... So, so... Du Mob Level. Was macht euer Wolf? Der rastet aus. Hashe Buller, mach erst mal Buller an die Viecher. Ähm, Elka lohnt sich's hier runter zu schwimmen, oder? Ne, 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 glaube ich nicht. Oh. Na, ich glaube, dann hab ich Bruch, ja. Oh, EMP rastet oder was. Der ist harmlos, der macht nix. Okay. Ich kann weiter weg. Ah, ich komm. Hier, guck mal, hier sind auch noch wer. Wo bin ich, die hatte ich grad? Ah ja, dann hier weiter schwimmen, so am Strand, so. Die brauchen zu Hause Flash, also nicht droppen. Oh, Volato wollte ich sie. Aber während er taucht, du, ich muss Flash splitten. Oder macht jemand anderes, weil ich mach das in jedem Video. Flash splitten? Flash splitten, ja. Ja, kann ich machen. Boah, hier sind halt die Perlen, aber hier ist halt... Warte, die alles... Ja, was macht unser Frosch da? Greift dir mal, U? Unser Frosch... ... und irgendwie kommen wir weg. Ich seh dich nicht. Ich komm wieder zurück. Prokast, Alu, so. EMP, der ist nicht da zurück, der ist ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt der scheiß Frosch. EF, was ist mit dem scheiß Frosch jetzt falsch? Was ist los mit dem Frosch? Siehst du den, Elka? Was ist mit dem Frosch? Der ist irgendwie rumgepackt. Ist der hier vorne, oder ist der hin? Ne, der ist hier nicht. Ich spring mal ins Wasser weiter. Frosch ist bei mir. Oh, da hat der Impy den auf Follow. Ne, er ist offenbar Wolf, komischerweise. Warte da hin. Komm mal. So, was hab ich denn alles gelooten? Nein, nein, ich weiß nicht, bei Fubi, ich bin doch... Wo? Direkt mein Frosch. Bin halt ohne Frosch in Wasser schneller als mit... ... mit Scooter. Ja, unser Frosch ist kacke. Der ist nur Level 98. Ich bin zu schwer. Ich bin zu schwer. Wir müssen dann zurück. Ja, komm, wir machen. Können wir jetzt machen. Ja, jetzt gleich. Ich mach die Anhalte. Elka, ich bin in dem Tierhaufe. Ja, ich komme. Boah. Ich hab alles Panik dabei. Ist gar nicht nötig. Alter. Moina ist schon heavy. Wie stark muss Doina dann werden? Moina ist an der Low-Level rausgekommen. Moina ist 150 rausgekommen. Moina ist 150 rausgekommen. Moina ist von den Stats her stärker. MP, wie viel Leben hast du? Moina Vollwehr 5.796. 5.796. 5.796. Ich fühl mich ja cool mit den 2500, Alter. Und Damage macht er 470. Ja, oh mein Gott. Ah, und Movement ist doch nicht 300, sondern nur 200, 330. Aber jetzt kann ich mich erinnern. Ich hab nochmal 2400. So, wieder zurück, ne? Sind wir vollzählig oder feilt jemand? Äh, ich komm. Moina. Lass das ausladen und dann nach 10 Minuten wieder los, oder? Wir laden aus, rennen direkt los. Wir gehen wieder in die Höhle. Ja, dann ist noch nicht respawned, glaub ich. Wir sind, wir haben sie nicht komplett gemacht. Doch, die Höhle ist respawned ergraft. Das dauert nicht lang, glaub. Wir haben doch nur K-Town gestört und sind dann wieder raus. Und King Gunji. Ey, warum nehm ich eigentlich nicht auf? Weiß ich nicht, kannst du? Weil du ein Lenovo hast. Ja, ich will, ich will auch so, das war so ein richtig schöner Schuss so von mir. Ich will das immer mal aufnehmen. Äh, egal, ich hab's drauf. Ja? Natürlich. Geil. Wollen wir auf der Seite her? Ich weiß gar nicht, wo das da geht, ne? Ich hab mir auch eine Orientierungchen von dem Stein. Das ist grob. Ilka. Hat sich gelohnt, die Perlen hier, im Vulkan? Ja, 9000. Ja. Das ist mehr wie in das Umfeld. An den großen Berg noch vorbei, ne? Ah, durchschwimmen, okay. Sind eben andersrum gerannt. Ja, ich renne ober drüber. Geht schneller statt schwimmer. Ja, kann auch oben rüber. Ja. Ja, du kannst schwimmen. Äh. Drei Sabertus am Strand. Ich guck mal, Level. Ilka. Hm, tut auch nix. Irgendwie von Strand aus jetzt hoch, ne? Ja. Ich weiß ungefähr, wo das da geht, ist. Molta? Ja? Ich hab dich gesehen, bist du weg? Hoch. Einfach hoch. Gerade nach oben. Ah ja, ah ja. So, ich glaub hier so rechts, oder? Ja, ja, an Vulkan jetzt vorbei und dann da in der Mipsis. Hier gibt's auch richtig viele Kristalle. Wer hat noch net Gewicht? Äh, meiner ist auch fast überladen. Okay. Ich hätte noch minimal Freiheiten. Ah ja, das ist leicht. Okay, das ist leicht zu finden. Ilka, wähle an. Oder soll ich? Ich war... Ja, warte, ich hab gewisse Damien. Äh, so ein Skorpion, Ilka. Warte, ich wähle an. 105 für Fertzig. Achso. Ja, ich bin drin. Und das Sprit reicht bis vor die Tür. Nice. Ich kann einfach drüber springen. So, das raus, das raus. Ich hab so ein Raptor-Trophäe. Kann man die in so ein Trophäesockel stecken? Boah, hab ich Fleisch. Das ganze Fleisch wurde net Brausch. In den Futterkrug schmeiße. Das wird eh dat abgeholt. Äh, ja, ich hab Fleisch über. Kein Fleisch über. Ja. Und die müssen mal wieder Stein farmen, glaub ich, ein bisschen. Ja, das Stein farmen kriegen sie die ganze Zeit schon gesagt. Ja, okay. Einer farmen wahrscheinlich mit, weil wir haben halt immer noch kein Dödel, ne? Äh, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Hast du Schuss kassiert und repariere? Ich hab nix kassiert. Und ich hab auch Ersatzrüstung. Boah, die Fabrikäter sind überlaufen. Na, da kann ich. Na, da fehle Sachen. Was willst du denn herstellen? Ich will einfach noch mal Sachen reparieren. Jo, Prime hab ich. Das ist meine Katze, Fär. Ich will mal ganz kurz oben. Ich will fragen, ob meine Katze fertig ist. Kann sofort. Ja, äh, ich hab Ich hab noch 57 Pfeile. Hast du hier? User joined your channel. Okay, ich kann wieder. Ich bin auch ready. Ika ist halt noch mal zurück, ne? Jo. Oh, warte, warte, warte. Glöpplingbox, kann ich noch wegpacken? Ich hab sowieso keinen Kurs vor. Hier, die Session wird's gefroht. Ich hab mir die Session gehabt. Ilka? Jo, hallo. Mach ich zurück. Äh, ich tame grad noch mit Pullnanny 145er Pronto. Uuuuh. Ja, erst haben wir jetzt einen Rex liegen und jetzt noch den Pronto. Rechtslevel ist der Rex. Wo ist ein Magica? Ja. Böööö. Ich hätte sie noch klein. Ah, ich hab noch gezwungen. Wie sieht's bei den Stat-mäßig aus? Hm, 26k? Hm. Stamina ist ein bisschen low. Stamina kriegst du nicht hochgebrüntet. 108. Das bleibt so. Middle Damage. Ja. 111 Move geht auch für'n Giga. Ähm, Ilka ist der Pronto zufällig männlich. Kann sein, das weiß ich nicht. Der macht auf jeden Fall so viel Damage. Wenn er männlich ist, können wir nämlich weiter Brontos züchten. Mh, 2, 5 bis. Oh, hier. Zutichten. U overwhelm nicht mehr. Pruh, 2, 6 bis. Machen. Als Max, 2, 3 bis. Schmerz und hoch Messen fürョig sei. Puh, unser Triplop zum Ende hin sieht gut aus. Äh, 58. Untertitelung des ZDF, 2020